Hallo? Hallo? Seid ihr da? Herr Schwarz? Hallo Herr Schwarz? Herr Fram? Ich hatte hier... Hallo? Hallo? Ja, Moment. Ja, Sie sind jetzt der Herr Schwarz? Nein, ich bin der Herr... Ja, ich hatte eigentlich hier einen Termin gemacht, aber das haben Sie wohl... Ich habe nichts bekommen. Ich hatte Ihnen eine E-Mail geschrieben. Achso, das war diese E-Mail. Ja, ich habe die im Stemmordner gefunden. Ja, da schauen Sie dann also nicht dran. Ja, ich habe gedacht, bei dem Absender, ich dachte, das ist eigentlich ganz richtig im Spemmordner. Habe ich natürlich sofort gelöscht. Entschuldigen Sie, ich vertrete hier den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ich komme vom Entweder-Oder. Das ist der alternative Rundfunk, der alternativlose Rundfunk, der alternativlose eigentlich Qualitätsrundfunk. Entschuldigung, warum kommen Sie denn dann vom Entweder-Oder? Für der Stimme nach müssen Sie ja nicht vom Bayerischen Rundfunk kommen. Ja, da komme ich auch ursprünglich her. Wenn es niemandem weiter sagt, ich sehe, es ist ja keiner da, dann könnte ich Ihnen das unter dem Siegel der Verschwiegenheit verraten, wenn Sie mir gleich ein Interview geben. Es geht hier um ein Intermezzo, das wir mit dem Kasper machen wollen. Das waren wir ganz originell, was Sie hier so machen. Das ist so quasi mal ein bisschen out of the box, was Sie hier machen. Also quasi Kasperletheater ohne eigentlichen Kasperletheater, aber mit Kasper und so weiter. Das wollten wir mal machen. Ja, und Sie sind quasi, ja, wie ist das jetzt? Warum kommen Sie denn jetzt? Ja, schauen Sie mal, das war einfach so. Ich arbeite also da so in der Redaktion, der Mensch und das übrige Tierreich für den Bayerischen Rundfunk. Und, Moment, ich mache mir ein bisschen auf der Kiste, ich kriege ja hier keine Luft mehr. Also, ja, oder habe ich in diesem Beitrag das Wort sozial? Ja, da habe ich das Wort sozial. Das ist in Bayern etwas problematisch, wie in Bayern sozial. Da reagiert doch immer diese eine Partei, diese christlich-sozial. Ja, eben, da haben Sie es auf den Punkt gebracht. Ich habe das Wort sozial gebraucht, ohne das Wort christlich vorauszuschicken. In christlich-sozial, das ist ja, wissen Sie, ja, also jetzt haben Sie mich dann, das haben die dann, wissen Sie, das ist das immer, wenn es da die Politik sich einmischt, sofort, das hat denen nicht gepasst, da haben die sofort eine Unregelmäßigkeit, wie das dann immer so intern heißt, haben die entdeckt. Und da haben die mich halt so rausgekomplimentiert und da sagten, wie können wir diesen ideologisch fragwürdigen Kerl hinsicken. Und da haben sie gesagt, eigentlich gibt es da nur einen Sender, eine Stadt, wo es des hinkommt, und das ist Köln. Die ist ja, wieso Köln? Ja, weil das, was bei uns, ja, wo alles so noch fisch und in Ordnung und geregelt ist, das ist eine Unregelmäßigkeit, das ist in Köln das Regelmäßige. Das nennt man dort Klüngel und ist ganz in Ordnung. Und da bin ich dann untergekommen und von dort haben sie mich jetzt für das Redeprogramm hergeschickt zu Ihnen. Und ich wollte eigentlich mit Ihnen über den Kasper sprechen. Heißen Sie eigentlich wirklich Kasper? Ja, ich heiße, mein Künstlername ist Kasper Nölles. Ja, wie kommt es denn eigentlich zu diesem Kasper, dass Sie da, also mit dem Kasper, das ist doch eigentlich diese, hier, ja, das ist doch hier dieser Kerl hier, ja, ja, wie Sie sehen, hat er irgendwie eine gewisse Ähnlichkeit mit mir bekommen. Das ist, weil, ja, sonst, das würde ich ja eigentlich gerne, deswegen bin ich hier mit diesem Interview. Wir wollen unser Intermezzo da in diesem, ja, wir dürfen ja keine Werbung machen, da machen wir stattdessen so Intermezzos und machen dann so wie diese Influenzas, da machen wir da so Produkte rein und da kriegen wir dann auch das Typ mit den Radio- und Fernsehgebührenzahlern natürlich nicht sagen, aber so machen wir das. Also, wie heißen Sie, wieso heißen Sie, ja, ja, ich sage, der Kasper, der Kasper, wieso heiße ich Kasper? Das ist, weil die Leute immer gesagt haben, ja, der Kaspert immer so rum. Das ist der Grund, wieso, das hat nichts mit den drei heiligen Königen zu tun, und auch nicht mit Kasper Hauser, dem Einsamen, den die Künstler so gerne, das ist einfach nur Kasper-Rei. Ja, jetzt sind Sie dran. Für die.